Wann Yoga machen? Hallo und herzlich willkommen zu einem Vortrag im Rahmen der Reihe Fragen an Sukadev oder Antworten von Sukadev. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de und eine der Fragen, die mir gestellt wurde, wann Yoga machen? Wann Yoga machen hat verschiedene Bedeutungen. Zuerst mal kann man sagen, in welchem Alter Yoga machen. Und da ist meine Aussage, wann immer du Yoga machen willst, ist der richtige Moment. Denn man kann als junger Mensch Yoga machen im mittleren Alter oder auch, wenn man schon älter ist. Es gibt verschiedene Yoga-Arten und gerade ein typischer, klassischer Hatha-Yoga-Anfänger-Kurs ist so gestaltet, dass Menschen verschiedener Altersstufen, verschiedener Flexibilität und verschiedener Fitness auch Yoga gut mitmachen können. Später kannst du dich ja spezialisieren und da wird dein Yoga-Lehrer, deine Yoga-Lehrerin dir Tipps geben können. Wann also Yoga machen? Dann, wann du anfangen willst. Dann ist auch die Frage, wann Yoga machen im Sinne von, angenommen du bist schlechter Stimmung, solltest du warten, bis es dir besser geht, um Yoga zu machen? Oder hast du irgendeine psychische Erkrankung? Wann kannst du mit Yoga beginnen? Bei Erkrankungen solltest du immer deinen Arzt fragen oder den behandelten Therapeuten. Ansonsten gilt, du kannst immer mit Yoga beginnen. Wenn medizinisch nichts dagegen spricht, dann ist Yoga etwas sehr Gutes. Es stärkt deine Selbstheilkräfte, gibt dir neue psychische Energie, lässt dich auf eine andere Weise die Welt anschauen. Wann Yoga machen? Dann, wenn du bereit dafür bist und du bist dann dafür bereit, wenn du willst. Wann Yoga machen im Sinne von, um welche Uhr zahlt? Du kannst Yoga morgens machen, du kannst es mittags machen, du kannst es nachmittags machen und abends machen. Für alle gibt es gute Gründe. Im Grunde genommen, dann, wenn es in deinen Tagesablauf passt, dann ist die beste Zeit, um Yoga zu machen. Viele Menschen machen Yoga gerne morgens. Morgens kommst du besser in die Gänge, du kannst deinen Tag mit mehr Energie anfangen, du hast gleich Positivität, du hast gleich Freude und du bist wach und gute Ausstrahlung. So besonders gut ist, wenn du morgens Yoga machst und direkt nach dem Aufstehen. Vielleicht, wenn der Rest der Familie noch schläft. Wann Yoga machen? Wenn du vielleicht Hausfrau oder Hausmann bist. Vielleicht dann, wenn die Kinder in der Schule oder der den Lebensunterhalt verdienende Familienmitglied außer Haus ist. Dann ist es auch eine gute Zeit, um Yoga zu machen. Wann Yoga machen? Mittagszeit kann auch gut sein. Eigentlich reicht es aus, zweimal am Tag zu essen. Du könntest auch die Mittagspause dafür nutzen, Yoga zu üben, statt zu essen. Und du könntest ja auch in der Mittagspause nach dem Yoga einen Apfel oder eine Banane essen. Dann hast du auch deine Glucosevorräte etwas ausreichend aufgeladen. Wann Yoga machen? Zum Beispiel auch direkt nach der Arbeit. Wenn du direkt nach der Arbeit zu einer Yogastunde gehst oder für dich selbst Yoga übst, hast du danach Entspannung und Positivität, gute Laune. Dann danken es dir auch deine Kinder und dein Partner, deine Partnerin, weil du mit dieser Freude und dieser Gelassenheit des Yoga dann nach Hause kommst oder aus deinem Zimmer kommst. Wann Yoga machen? Vor dem Schlafen gehen geht auch. Es gibt manche Menschen, die sagen, ich schlafe viel besser, wenn ich vor dem Einschlafen Yoga mache. Und es geht sehr viel besser, dass ich dann morgens aufwache, wenn ich vor dem Einschlafen Yoga mache. Du kannst also letztlich Yoga machen, wann immer es für dich passt. Es gibt praktisch für jede Zeit gute Gründe. Manche Menschen lieben es, dass sie zur gleichen Zeit Yoga üben und andere machen zu unterschiedlichen Tagesstrukturen Yoga. Zum Beispiel, wenn jemand Frühschicht hat, macht er zum Beispiel Yoga abends, bei Spätschicht macht er es morgens oder am Wochenende machst du Yoga zu der Zeit und unter der Woche zu einer anderen Zeit. Du kannst auch Teil der Yoga-Übungen morgens machen und einen Teil abends. Es gibt Menschen, die sagen, morgens mache ich mein Pranayama und meine Asanas, so komme ich in die Gänge. Und abends mache ich meine Meditation und Tiefenentspannung, so kann ich gut einschlafen. Du könntest auch deinen Yoga-Lehrer, deine Yoga-Lehrerin fragen und die kann dir auch helfen, da etwas auszuprobieren. Aber im Wesentlichen, probiere es selbst aus, wann ist für dich am besten, Yoga zu machen. Übst du Yoga? Dann schreib doch einen Kommentar, wann du Yoga machst und welche Erfahrungen du hast oder was du schon ausprobiert hast. Du findest diesen Vortrag hier als Video auf YouTube. Du findest ihn auf mein.yoga-vidya.de. Du findest den Vortrag auch als Audio und du kannst ihn auch teilen auf Facebook oder Twitter oder als Video kannst du es ja auch teilen auf Pinterest. Und überall kannst du auch Vorträge, auch Kommentare zu geben. Ja, ich würde mich freuen, wenn dieser Vortrag auch kommentiert wird und andere auch aus anderen Erfahrungen Nutzen ziehen können. ственPECE und